So, hallo, da bin ich wieder. Jetzt bin ich etwas südlich von Chennai in Injallakam. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein bisschen südlich von Chennai und hier gibt es ein Künstlerviertel, das heißt Kola Mandal Artist Village. Das ist ganz interessant, weil die Künstler leben selber hier. Das ist eine Bewegung aus den 60er Jahren, Madras-Bewegung. Und ja, die leben hier, üben hier ihre Kunst aus, so ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt und ich war gerade mal drin, da darf man leider nicht filmen oder fotografieren. Das gibt sehr interessante Bilder, also moderne Kunst, zeitgenössische Kunst und ja, das ist interessant hier. Das ist jetzt nicht sehr groß, hier kann man mal ein bisschen entspannen, weil es hier nicht so hektisch zugeht wie draußen. Aber ansonsten ziehe ich mal weiter.